Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video und einem wunderschönen Sonntag in die Runde. Ja, Bitcoin weiterhin in seiner Range. Wir haben eine minimale Preisbewegung gesehen. Gut, hat sich auch damit zu tun, dass wir unsere Psy-Range gebildet haben. Auch da werfen wir natürlich gleich einen Blick drauf. Außerdem Ethereum, Polkadot und Matic. Dort hat sich ein bisschen was getan, was ich euch auf jeden Fall zeigen möchte. Und Polkadot hat sogar einen kleinen Trade abgeworfen. All das werden wir uns in unserem heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates oder Trades oder Sonstiges. Joint da gerne rein. Und ja, damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Bitcoin momentan bei 22.370 US-Dollar. Wenig spektakulär. Wir hatten heute Nacht, wir sind sogar auf einem 1-Stunden-Chart, tun uns da mal ganz kurz die Psy-Range dazu. Und dann seht ihr auch, was das für Bewegungen waren. Einerseits unser Psy-High, was wir gebildet haben. Und unser Psy-Low bei ungefähr 22.156 und unser High bei 22.600 US-Dollar. Also das ist jetzt erstmal die Psy-Range, die jetzt im heutigen Tag gilt. Ich gehe weiterhin ganz ehrlich davon aus, dass wir uns zumindest kurzfristig nochmal nach oben hin bewegen. Warum? Einfach, weil wir hier oben eben die Ineffizienz haben. Wir haben hier oben, sag ich mal, unser Void noch zu füllen. Und wenn wir uns nochmal das FIP-Level dazu ziehen, ist es möglich, dass wir uns auch noch das Golden Pocket hier oben holen. Das ist aber jetzt erstmal für mich persönlich nur immer dieser Zwischenstand. Was aber interessant ist, wir haben uns immer noch nicht dieses Low hier unten bei den 21.970 US-Dollar geholt. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, was wir jetzt als erstes machen. Dann brechen wir zuerst nach oben hin aus, gehe ich ehrlicherweise davon aus, dass wir uns das Golden Pocket holen und dann nochmal tiefer fallen. Gehen wir zuerst runter, ist die Chance für mich deutlich höher, dass wir uns hier unten erstmal unseren Trade abholen bei den 21.977 US-Dollar an dem Low. Mit unserem Stop-Loss bei 21.500 US-Dollar, was wir hier unten eben eingezeichnet haben. Und dann mit einem schönen doppelten Boden versuchen, nachhaltig das Golden Pocket nach oben hin rauszunehmen. Ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass heute und morgen, haben wir auch gestern im Wochenausblick, also wer den Wochenausblick noch nicht gesehen hat, den werde ich dann am Ende vom Video mal einblenden. Oder ihr guckt einfach selber, dass zumindest der Montag, also Sonntag und Montag, relativ bullish und grün werden sollten. Ab Dienstag, wenn Pole dann redet, könnte da deutlich, deutlich mehr Bewegung wieder reinkommen. Das haben wir gestern alles besprochen, also schaut euch gerne das Video, was ich gestern hochgeladen habe, nochmal an. Und das passt auch ziemlich gut jetzt im Endeffekt erstmal zum Bitcoin-Ausblick. Sollten wir hier oben, wie gesagt, am Golden Pocket und an unserer, sag ich mal, Ineffizienz hier oben rejected werden, bin ich erstmal nicht mehr auf der bullischen Seite. Und wir könnten ganz ehrlich nochmal tiefer fallen, weil dann hätten wir im Endeffekt die erste Gegenbewegung von diesem Dump wieder nach oben hin, wieder ins Golden Pocket, die Gegenbewegung. Und dann könnten wir wieder 1 bis 2 Wellen nochmal nach unten hinziehen. Und dann wäre das Ziel weiterhin persönlich bei den 18, 19k. Vom Daily Close schauen wir uns auch mal ganz kurz an, wie sieht es da aus. Beziehungsweise auch mal ganz kurz zum Weekly Close. Daily Close, ganz klar, die Aufwärtsstruktur hier oben ist jetzt erstmal durchbrochen. Wir haben aber immer noch kein Lower Low gebildet. Wir sind perfekt oder noch nicht ganz hier unten an diese Daily Demand Zone gekommen, die bei 21.949 US-Dollar liegt. Das heißt grundsätzlich, einerseits der Trend hält, wir haben noch kein Lower Low, das würde nämlich sowieso erst bei 21.500 US-Dollar brechen, sieht es von der Struktur weiterhin gut aus. Man kann das alles hier ein bisschen als Korrektur einschätzen, genauso das gleiche Ding, was wir hier drüben hatten. Also es ist noch nicht alles verloren. Dann schauen wir nochmal ganz kurz auf den Weekly Close. Wie sieht es da aus? Auch hier natürlich eine beschissene Weekly Candle, aber wir haben auch noch keinen tieferen Weekly Close. Hier gilt die Marke von 21.962 US-Dollar. Also das mal ganz, ganz genau im Blick behalten. Sollten wir hier drunter Weekly Close sehen, ist die Weekly Struktur auf jeden Fall gebrochen. Dann haben wir nur noch die Daily Struktur. Und ob die dann noch nachhaltig hält, wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln, weil dann fängt die Korrektur jetzt dann auch in den größeren Timeframes an. Ja, soviel erst einmal zu Bitcoin. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, in welche Richtung sich bewegt. Long-Position einerseits hier unten, die getriggert werden sollte bei 21.980, also minimal vor dem Week. Und dann halt eben, beziehungsweise wir haben noch die alte Long-Position offen, die lasse ich jetzt erstmal auch noch. Und werde die dann hier oben ganz genau beobachten, wie hier oben die Reaktion eben ist. Gut, dann der Blick rüber zu Ethereum. Gleiches Spiel auch hier heute Nacht, kurzer Push, dann wieder Abverkauf, auch hier die PsyRange gebildet. An sich hat sich hier aber wenig getan, auch hier muss man sagen, ist der Trade noch nicht getriggert worden. 1.544 US-Dollar, das ist die Marke, beziehungsweise 1.547 an diesem Tief hier. Da würde ich gerne getriggert werden, beziehungsweise dort liegt nach momentanen Stand zumindest die Limit Order. Werde mir aber auch hier ganz genau die Struktur angucken, wie es hier, wie im Endeffekt die Reaktion hier ist. Das heißt, hier unten gelbe Linie, da liegt meine Long-Order momentan mit Ziel mindestens Golden Pocket 1.614 bis 1.618 US-Dollar. Auch hier hat sich, wie gesagt, wenig getan. Daily und Weekly Close brauchen wir hier ehrlich gesagt erst einmal nicht ein bisschen näher drauf eingehen, weil da ist sowieso ein bisschen komplett unterschiedlich meines Erachtens nach. Aber die Trade-Idee bleibt Entry 1.547 oder von mir aus auch 48, wer ein bisschen eher hier reingehen möchte. Und der Stop-Loss müsste auf 1.513, 2% Risk, haben aber dafür auch ein Reward, was deutlich, deutlich höher ist nach oben hin. Aber gut, da warten wir jetzt erst einmal ab. Eventuell werde ich da nochmal minimale Abweichungen bekannt geben. In der Telegram-Gruppe sollte sich an diesen Setups, die ich jetzt beide genannt habe, irgendwas nochmal ändern. Dann, ja, das war es eigentlich auch zu Ethereum. Dann würde ich sagen, blicken wir rüber zu Polkadot, weil da wurde jetzt der erste Trade abgeholt. Da haben wir gestern darüber gesprochen, tieferes Tief wäre gut, auch mit weniger Volumen. Das haben wir abgeholt, das heißt, die Liquidität, die hier drüben bei dem 5,79 Dollar lag, wurde jetzt abgefischt mit einem tieferen Tief bei 5,73 Dollar. Also perfekt erst einmal, weniger Volumen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ersten Tank Profit würde ich jetzt auf jeden Fall in der Region hier nehmen, damit man erstmal abgesichert ist. Stop-Loss-Entry, weil Entry war 5,79 Dollar. Das zeichne ich euch auch mal ganz kurz ein, weil ich es hier genau an dem Tief gemacht habe. Kann auch sein, dass es minimal höher ist, aber auf jeden Fall jetzt Stop-Loss-Entry. Wir warten jetzt erst einmal ab. Sollten wir nochmal ein tieferes Tief reinkriegen, werde ich nochmal versuchen, nochmal diesen Trade mitzunehmen. Aber dann auf jeden Fall ein Stop-Loss irgendwo hier unten in die Region bei den 5,61 Dollar. Wir schauen uns das auch nochmal an. Sollten wir ein tieferes Tief bilden, wäre das ungefähr ein Risk von 2,26 Prozent nach momentan Stand. Aber die erste Gegenreaktion war gut, klar, Volumen sonntags ist nicht wirklich steil. Aber trotzdem, wer den mitgenommen hat, Glückwunsch auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns mal Matic an. Hier haben wir jetzt auf dem 1-Stunden-Timeframe zum ersten Mal eine Bullish Divergence ausgebildet. Hier bin ich noch nicht reingegangen. Hier warte ich ehrlich gesagt nochmal ein bisschen drauf, dass wir hier nochmal in diesen Bereich hier unten in die 1-Stunden-Demand-Zone reinkommen. Und dann den Stop-Loss auf jeden Fall unter dieser 1-Stunden-Demand-Zone auch mit ungefähr 2,8 Prozent. Also das Risk bei Matic ist sehr, sehr hoch. Aber mir gefällt an sich die Struktur mit der Bullish Divergence. Ein tieferes Tief könnte noch reinkommen. Und auch mal ganz kurz gucken. Golden Pocket, das Kleine, auch mal einen Blick behalten würde. Auch perfekt passen hier mit eben dieser 1-Stunden-Demand-Zone, die wir hier oben reinkriegen. Das heißt, Polkadot läuft. BTC Ethereum haben wir jetzt gerade mal unsere Setups genannt. Und Matic, muss ich noch überlegen, ob ich da reingehen werde. Aber Zielmarke, erst einmal sind so die 1,1175, Stop-Loss 1,08. Aber da kann sich, wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall noch ein Setup in die Gruppe reinposten. Weil da bin ich mir momentan noch sehr, sehr unsicher, was wir hier auf jeden Fall machen. Beziehungsweise habe ich jetzt gerade 1 Stunden, nee 4 Stunden Bullish Divergence. Das ist mir jetzt gerade selber aufgefallen. Sorry, ich war im falschen Time-Frame unterwegs. 4 Stunden Bullish Divergence. Reaktion kam aber schon. Und wie gesagt, der WIC könnte auch nochmal aufgefüllt werden. Gut, dann würde ich sagen, noch ganz kurz rüber zu den News. Digitale Währung, das Experiment der Bank of Canada. Ja, lest euch den Artikel gerne durch. Link müsste mittlerweile schon in der Telegram-Gruppe drinnen sein oder generell bei CryptoGuru. Später kommt natürlich noch eure Sonntagsumfrage als Charteranalyse online dort. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Später eventuell noch eine kleine Aktienanalyse auf dem Zweitkanal. Also schaut auch gerne auf dem Zweitkanal vorbei. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Hoffen wir auf ein paar positive Trades. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Schönen Sonntag. Bis eventuell später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto.